Sander Eschlimann, die erste Playoffs Serie als Nummer 1 in der National League. Und die gewinnt man auf so wahnsinnige Art und Weise. Es geht gleich zur Kopftur, nach dem Spiel. Nicht so viel. Ich glaube, wir haben gekämpft. Wir haben nicht aufgegeben. Wir sind füreinander angesehen und haben am Schluss, ja, ich sage, verdient gewonnen. Nach dem Spiel habt ihr auch die Kritik von eurem Coach, von Kyrissan Mollwen gegeben. Hat das auch bei euch zu Klick gemacht? Oder hat das noch irgendetwas ausgelöst? Am Schluss habt ihr ja recht. Ich habe es versucht auszublenden. Ich glaube, am Schluss bin ich ein Mensch. Hier hat andere Fehler passieren bei allen. Und ja, ich muss eine Reaktion zeigen. Es ist mir zum Glück gelungen und da bin ich froh darüber. Und der Sander hat vor dem Playoffs gesagt, da wüsstet ihr doch nicht, ob der Playoffs-Gol ist. Jetzt habt ihr die erste Serie gewonnen. Jetzt seid ihr definitiv ein Playoffs-Gol. Ich kann mir das so sagen. Es war Anfangs-Eine-Serie. Mit dem haben wir noch nichts gewonnen. Ich glaube, jetzt ist mit dem ÖVZ der nächste Hürde, den wir angreifen wollen. Und dann schauen wir weiter. Vielen Dank. Bitte.